guten morgen guten morgen ihr lieben in dieser gruppe diese woche hätte ja eigentlich unser retreat stattfinden sollen am dienstag wäre der start gewesen aber ich habe es nicht gefühlt und wie das immer mal so ist wenn man es nicht fühlt habe ich gelernt dazu vertrauen und loszulassen schläft gerade ein und loslassen einfach weil ich gemerkt habe aber da ist einfach nur irgendwas im stress und angst und mangel nicht genug zu bekommen nicht erfolgreich genug zu sein durch gemerkt ach stopp das muss ich beenden und zwar sofort also habe ich das sein gelassen und habe einfach geschaut was dann kommt als neuer aus neuer freudiger energie und siehe da heute morgen kam es es wird ein kürzer nicht in kürzer sondern in geraumer zeit ein neues event geben live nicht online live event hier in leipzig ich kläre heute auch den ort ist ein schönes hotel in leipzig mit tollen räumlichkeiten gutem essen einfach auch gehobener stil so wie ich mir das wünsche und das kläre ich heute ab ob es da möglichkeiten gibt sie haben nämlich ein paar tolle konferenzräume in dem wir gemeinsam zusammenkommen können und das thema wird sein ich werde es noch nicht komplett verraten aber es geht in die richtung transformation du selbst sein dein authentisches selbst finden und somit leben business beziehung in allen bereichen stärken gerade wenn du merkst du möchtest mehr vom leben mehr geld verdienen mehr leichtigkeit mehr freiheit mehr umsatz mehr kunden mehr intimität mehr liebe mehr vertrauen im leben mehr heilung mehr wachstum manchmal kann sich das leben anfühlen als würdest du auf der stelle treten das geht nur ganz langsam voran das hat in den meisten fällen damit zu tun dass du im prinzip noch nicht entscheidung auf basis deines authentischen selbst triffst triffst so und genau das möchte ich adressieren mehr dazu später und weil es kein weil es kein retreat diese woche gibt habe ich mir überlegt wir machen ein am donnerstag diese woche elf uhr so zwei bis drei stunden ein live coaching event online über zoom das ganze wird so zwei drei stunden ungefähr gehen indem ich wirklich tief in coaching mit euch gehe euch erfahrung mit gebe so dass ihr einfach zu ganz konkreten fragen wie frage kann sein wie kann ich 10.000 euro 100.000 euro und mehr verdienen wie kann ich glücklich sein wie kann ich mehr vertrauen fühlen wie kann ich das tun was mich wirklich erfüllt wie finde ich meine bestimmung wer ist mein traum partner wie kann ich das leben wie kann ich besser kommunizieren wie kann ich besser zu meinen kunden sein wie kann ich bessere ergebnisse kreieren wie schaffe ich es allgemein einfach ein tolles besseres leben zu führen ich dort beantworte ganz konkret in deiner situation ja und das ganze gibt es für nur 300 euro also und wir werden das so machen dass wenn du den ruf spürst dahin zu kommen du schreibst mich schreib hier in die gruppe schreib mich direkt an und dann schicke ich dir den zoom link dafür und wir sehen uns sonnestag 11 uhr diese woche ja für 300 euro kannst du direkt mit drin sein kriegst ganz viele fragen beantwortet kriegst mehrwert ohne ende bekommst input der dein leben nachhaltig verändert heilt und dir einfach die möglichkeit gibt neu zu starten aus deinem aus dem authentischen fein selbst heraus es ist schon wieder vorläufe für das live event hier in leipzig ja also darauf freue ich mich ich wünsche euch eine wundervolle fantastische woche und es ist ziemlich kalt geworden ich freue mich von euch zu hören ich freue mich den ein oder anderen im zoom call zu sehen und sag bis dahin alles liebe ciao